so liebe leute hier bin ich wieder und wir sind im paramonischen tempel und ich denke wir werden das heute schaffen die sechs türen hier zu machen und wir reden nicht lange anfang gleich an ja ich erinnere mich da haben wir unsere erste permanent ein punkt so ich erinnere mich noch an diese tür so die dinge sind eigentlich ganz niedlich was steht denn da zünde bomben mit heiligen ringen okay machen wir das gleich mal ach so da leck mich doch also ich kann noch weiter noch weiter höher was sagst du vergiss das steinschloss nicht so tempel ist eigentlich recht einfach so so ok hoffentlich war es richtig mist was Was? Okay. So. Oh. Okay. So. Hier das Ding nicht unbedingt anzünden. Oh, das sieht immer so grausam aus. So. Ah, nehmen wir mit. Oh. 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 ich habe das gefühl hier fehlt okay hier gab es kein glocken aber das stein schloss brennt und die erste tür ist gemacht nach vier minuten ach ich hasse diese 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 tür hausig hat sich warte okay das war jetzt blöd unglaublich dass ich das noch geschafft habe ich glaube ich weiß was das hier finde scheiße ist das ist etwas blöd ich werde jetzt hier nämlich noch dran das war genau so eine scheiße ist aber nur eine dinge da muss man jetzt aufpassen ach komm wie sehr ich das hasse ok das hier ein paar slicks überhaupt rumlaufen ist schon schlimm genug so wir müssen scheiße ich hatte nicht mehr in erinnerung welche taste das schleichen war und welche nicht die ne war doch ich hatte doch gedrückt gehabt warte ich habe kaputt problem was wir noch haben ist folgendes wir müssen noch mal wir müssen gleich noch mal zurücklaufen hier ist nur eine fledermaus es gibt noch eine mit zwei diese dinge hasse ich die Ah. Also. genau rum ich hasse diese gänge diese gänge mit den was ist mit mir los diese gänge sind extrem schwierig die kosten von zeit ohne ende kann das normale so problemlos hier so noch mal das ganze so so was muss ich nur noch leben drüber kommen ok das war diese sache auch kommen wie ich mich in einen millimeter und instant tot ich hasse das von der fledermaus verfickten fledermaus das kostet so viel zeit nennen das ist und also jetzt zweifle ich langsam daran habe ich das heute noch schaffe ganz ruhig bleiben was ist das denn die physik hier in diesem spiel ist echt was für ein arsch aber das haben alte spiele so an sich das ist ja alles ein mit einem ach so ja stimmt das kann mir zuerst so können ich erst die kugeln sein und dann der scheiß wobei das macht es auch nicht besser so 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 das nehmen wir mit man so 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 jetzt ist dort mit Das war nicht das, was ich ausprobieren sollte. Vielleicht schon eine Viertelstunde rum. Ich hab das früher immer gemacht. Ah gut, das hat mal geklappt. Dann konnte ich an den Kugeln problemlos vorbei. Aber wir machen das nochmal. Ich glaub, das geht schneller. So, ganz ruhig bleiben. Was soll der Scheiß? Boah, das ist so ärgerlich, ey. Zeitaufwendig, diese... Das Spaß geht ja noch weiter. Es gibt ja noch so ne Scheißkammer. Man, diese Räume hätten sie sicherlich weglassen können, ey. Warum? Ich habe diese Kugel nie verstanden. Auf zu lachen, bewegt deinen Arsch. So. 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 Eigentlich ist es, wenn man irgendetwas vergessen hat. Das ist ein Problem. Ich hasse diesen Ort hier. Weil die anderen gehen eigentlich. Die kann man problemlos schaffen. Aber hier hinten. So. Das ist eine ziemlich miese Stelle jetzt. Ach komm. So kriege ich jetzt... Ich weiß nicht. Ach komm. Das ist nicht dein Ernst, ne? Weil ich das Stück Fleisch habe. Das kann ich aber nicht da drauf werfen. Jetzt habe ich doch hier reingeworfen. Na also. Boah. Ätzend. So. So. Okay. Schnell rein und erst mal speichern. So. So. Das machen wir als nächstes. Ist egal. Ob wir unten oder oben anfangen. Ach der Scheiß. Was? Das war auch eine etwas ziemlich beschissene Tür. Also. So. Ich weiß nicht. Keine predeêmes. ich habe mich selbst getötet vollidiot wir müssen nicht erst in den anderen raum es hat seine wir können wir können die später noch wir machen das etwas geschickter so 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 jetzt kommt schon wie habe ich kein fleisch oder so ne ich glaube jetzt habe ich es erwischt ja ganz vorsichtig hier habe ich da immer gerne meinen fehler gemacht und mich praktisch töten lassen so so mal wir gucken noch mal zur sicherheit ja ich habe es erreicht sehr sehr angezündet das nächste schreckliche kapitel ist gemeistert hier sind wir in der nächsten abscheulichkeit gelandet und in der anderen richtung dieses mal da oben ist auch noch mal so ein mistviech ach ja und das ist mit allen machen ist aber nicht notwendig da habe ich zumindest ist also nicht notwendig ist das stimmt der schläft so lange bis man den schalter zieht das habe ich nicht erwartet und normalerweise fällt er immer auf die bomben drauf das erste mal dass ich mitgekommen bin kommen habe dass das ding so soll ich dass er da nicht drauf fällt kann also theoretisch laufen was das zeug hält so noch mal das ganze theater mist ich muss da lang scheiße ja ich glaube ich tue es ich glaube es ist einfacher alle drei dinge zu entschärfen so also aber wieso stehst du auf vollidiot ja ich sage ja diese räume hasse ich alle okay das weiß aber wie ich bisschen blöd getimed aber egal es ist nur ein spiel bleibst du da unten boah das problem ist ich muss ja noch drüber saa saa ach du scheiße ich wollte eigentlich das hier machen aber gut nein also was ist mit mir los was ist mit mir los wieso bin ich so dämlich so 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 was das sollte eigentlich nicht passieren ich muss irgendwie mal was an den controller ändern Was war das denn? Warum war der jetzt so schnell? Kann da jetzt einer erklären. Die Dinger sind irgendwie... Na, nicht zwei laufen. So, jetzt... Ich müsste mich zum Narren halten. Warum tust du mir das eigentlich an? Ach ja, ich muss da eh nicht hin, oder? Ich hab doch gar kein Glockenlied hier. Läuft jetzt oben rum. Oh, die Musik geht mir jetzt ganz schön auf den Sack. Oh, die Musik macht mich gerade wahnsinnig. Oh. 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 Oh man, komm. Sag mir jetzt nicht, du bist abgestürzt. Oh. 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 gespeichert. Jetzt klappt es endlich. So. Und wir haben diese beiden Scheißgänge hinter uns. Aha. Ist das der Ort? So. Und dann ein Savepoint wieder. Ja, das ist der Ort. Ihr seht, da sind Bienen. Bienen bringen uns um. So. Und wenn ich mich recht entsinne, genau, dann ist das. Danke. Das war die... So. Wir haben Fleisch dabei. Und... Ein Geheingang. Und wahrscheinlich einer der beschissensten überhaupt. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Äh. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht. Folge mir. Okay. Das hat seine Gründe. Die müssen... Das ist ein Geheingang. Den haben sie in New and Tasty etwas verbessert. Das heißt, wir müssen jetzt... Nein, ich bin tot. Scheiße. Das ist ein... Das ist ein böser Geheingang. Das kann ich jetzt schon sagen. Ist nicht leicht. Hallo. Hallo. Folge mir. Hallo. Folge mir. Okay. Folge mir. Uh-uh. Oh. Oh. das ist wichtig aber er hat gesehen so so das ganze müssen wir jetzt noch einmal machen wollen wir sich überlegt warum sollte ich machen mache ich den geheimgang eigentlich jetzt schon so sobald er hat ist mich eigentlich verarschen so wir machen das vorgemacht ich hatte das jetzt nur in erinnerung das ist so ätzend ich glaube wir schaffen das doch nicht mehr so wir warten bis sie das aufgefressen haben so ich habe das total vergessen das ist diese scheiß nein 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 abbruch 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 und weiter so so das war etwas knapp so 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 egal baue ich Fleisch? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich Fleisch brauche. eigentlich brauche ich das nicht. Ich muss mal gucken, ob ich Fleisch brauche. Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich brauche jetzt schon ziemlich lange, aber ich habe nicht mehr viele Tore. Tore Ah doch, es geht. Okay. Und ich kriege sogar noch Fleisch, weil ich es benötigen sollte, aber auch auch wenn ich darüber springen könnte, ihr wisst, wie paranoid ich bin. so 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 Steinfluss haben wir Glockenlädt haben wir so wir haben nur noch eine, aber erstmal rennen wir hier hin. Ah Ah, wieder eine etwas längere Folge, aber egal. Wir haben nur noch eine Tür und ich glaube, das war keine so schwere. Ich weiß es noch nicht mehr. Was war das denn? Äh, irgendwie gefällt mir das hier nicht. Genau. Da ist erstmal nichts. So 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 Okay 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 Das ist ein übertrieben, übertriebener Weg eigentlich. Ich Da war auch sonst nichts, ne? Ne, die Tür ist zu. Mann Hä? Achso, ich bin von der Seite auch gekommen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So So Dann haben wir den Tempel geschafft und da oben öffnet sich eine Tür. Ja So Dann wollen wir mal Ich hatte das Gefühl, dass wir irgendwie Waren hier nicht noch Leuchtwürmchen? Naja, scheinbar nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin abgerutscht. Ich muss doch irgendwie nicht mal was machen. Mit denen. Und wenn ich mir irgendwie so ein... Naja, wir können auf jeden Fall noch. Das ist einfach. Boah, das geht mir jetzt echt langsam auf den Piss. Boah. So. Zwei Stück. Boah. Das war das Mist. Das Riesengesicht meint, ich hätte schon viel gelernt bei diesem Test. Oh ja, der Ort kommt uns bekannt vor, oder? Oh, ouch. Ja, sind es bei 51 Minuten. Ich hab's in letzter Zeit mit den 50 Minuten Folgen. So. Jetzt bleibt nur noch ein Eingang übrig. Wir gehen jetzt nach Skalvania. Ich hab im Traum die Scraps gesehen, wo sie zu Hause sind. Sie lebten schon auf dieser Welt, da war ich noch ein Kind. Jetzt sind sie gemahlen, zerstampft und geschnitten. Zu Scrap-Keks am Stab. Mit großen Profiten. So. Und was steht da? Gehe. Vorsichtig. Ja, das werden wir machen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.